Ruhm! Hier ist Olara, deine Schwester! 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 Dieser Läufer ist schnell! Die Bestie läuft! Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrüten! Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie! Kampfgeräusche! Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein! Seid vorsichtig! Ich hol dich! Hol dich näher ran! Hier! Wahl, nicht wahr? Äh! 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 Die Gewinnerin der Erprobung! Der Weg ist gefährlich! Die Gewinnerin der Erprobung! Woher weißt du? Woher weißt du das? Es gab ein Massaker am Kriegstrupp! Wie? Es gab ein Massaker am Kriegstrupp! Wie? Sie steckte in einen Hinterhalt! Ein Haufen verrückter Maschinen voller Verderbnis überfielen die Krieger und töteten sie! Die Kriegsherren schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen! Doch da waren die Mörder schon weg! Und unsere Verluste extrem! Kriegsherren Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben! Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt! Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich! Aber Sona wies mich zurück! Sie befahl mir nach den Verwundeten im Becken zu sehen! Und dieses Tor! Das Becken! Mit meinem Leben zu beschützen! Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört! Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist! Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie! Ihr Können ist legendär! Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen! Sie scheint die Latte hoch zu hängen! Verlass dich drauf! Sie ist meine Mutter! Ich sollte jetzt gehen! Aloy! Bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung! Ich würde sie selbst suchen, aber sie... Sie befahl mir dieses Tor, um jeden Preis zu schützen! Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstrupp-Massakers! Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite! Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen! Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten! Ich verstehe, wahr? Ich tue, was ich kann! Ein Läufer! Nein, nein! Nicht schießen! Das... ist meiner! Wie ist das möglich? Ist schwer zu erklären! Ich hab was... entdeckt! Verstehe! Und ich schieße... Starker Schneefeil... Die Welt wird weiß! Die Geute schütze dich! Ich werde das nicht... Ich werde das nicht machen... ein ganzes leben immer im becken die welt ist größer geworden aber auch gefährlicher ein voraus lauert gefahr gefahr für dich fremder hier ist noraland betreten bei todesstrafe verboten treffender ausdruck bei todesstrafe der hier hat seine strafe bekommen wer war er ein dieb sklavenhändler mörder der typ der ehrliche mörder in verruf bringt wahl sagte mir an der straße würden banditen lauern tja so simpel ist das nicht die greifen nicht immer an die meisten schlagen ein lager auf und sitzen faul rum wie schimmelpilz es sei denn jemand unternimmt etwas dagegen du gefällst mir folge der rauchspur auf der anderen seite der ruine ich warte dort wieso ruinen das muss teufelsdurst sein eine stadt der alten aus der metallwelt das signal wo kommt das her wieso wieso Ein Langhals. Sieht genauso aus, wie Rost es beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Und jetzt muss ich mich wiederholen. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020